Es sind keine Leaks. Es sind keine Leaks. Es wurde einfach etwas herausgefunden. So herausgefunden quasi wie, ähm... Ähm... Herausgefunden wie... Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm... Damals mit dem Maskenfest... Waren ja auch diese Maskenfest-Poster in Kamesin und Purpur. Ähm... Waren ja auch schon vorher im Game drin. So. Und die... Überschrift... Von der Projektleitung... Aus Pokémon Legends... Also wahrscheinlich die Firma... Die, ähm... An dem Illumina City Projekt arbeitet... Ist derselbe Schriftzug... Der, ähm... Der in... In der... In der Ordenstadt von Illumina City... Äh, Illumina... Was? In... Hier von Illumina City... Illumina City... Von Illumina City... Dieses riesige Gebäude... Das ist scheinbar dieselbe Firma... Die... Damals... In Illumina City... Äh... Dieses Projekt von Legends geleitet hat... Und, äh... Der Schriftzug wurde auch hier gefunden... Es geht wahrscheinlich hier auch nochmal weiter um die Firma... Dann wurde der auch hier gefunden... In Schwert und Schild... Ähm... Und ich bin... Und hier auch... Also in den Bahnstationen... Ähm... Ähm... Genau... Der Schriftzug taucht häufiger auf... Und ich glaube, dass... Ähm... Ich glaube, dass... Ähm... Ähm... Ich glaube, dass der... Äh... Entweder... Was ich gerade hier sehe, ne... So... It's a random... Ähm... Ähm... Oder... Ähm... Ich... Ich bin mir unsicher, ob es eine... Also entweder... Genau... Also ich denke, 50-50... Entweder es ist eine Fantasieschrift... Oder es ist wirklich eine Firma... Die, ähm... Die wir vielleicht näher kennenlernen... Die in den späteren... In den späteren Games... Ähm... Noch weiter genutzt wird... Weil ich finde... Ja... Wenn es in den Spielen so random gesetzt wird... Dann wirkt es schon random... Andererseits sehe ich da nicht den Sinn dahinter... In einem, äh... Reveal-Trailer... Von Pokémon Legends DA... Ähm... Den... Als Überschrift... Für so ein... Großes Projekt... Äh... Zu nutzen... Das sehe ich halt nicht wirklich... Also ich habe auch gesehen... Es gab Leute, die haben da irgendwie so... Ähm... Das Pokémon-Alphabet... Und so weiter... Ähm... Dort... Ähm... Das Pokémon-Alphabet... Da gibt es so ein Alphabet-Reihenfolge und so weiter... Da haben Leute schon viel diskutiert... Aber tendenziell finde ich das auf jeden Fall sehr interessant... Ich bin sehr gespannt... Ob es damit wirklich was auf sich hat... Ähm... Ich bin wirklich sehr gespannt... Ob das vielleicht einfach wirklich eine Firma ist... Die... Ja, halt damals... Also diese Firma, die diese... Diesen Umbau geplant hat... Und vielleicht auch danach groß wurde... Und vielleicht irgendwo anders dann halt häufig vorkommt... Ähm... Da bin ich halt sehr gespannt... Oder ob es wirklich einfach eine random Schriftzüge ist... Es kann beides sein... Sag ich ganz ehrlich... Könnte beides sein... Ähm... Aber tendenziell... Finde ich das schon mal sehr funny... Und ich mag das, wenn solche Sachen... Die... Zum Beispiel in den Trailer gezeigt werden... Dass sie gefunden werden... Und ich finde es cool, dass jetzt alle Leute... Alle Spieler sich... Ähm... Auf den Weg machen... Und über diese Schriftzüge suchen... Das finde ich cool... So... Das... Das mag ich sehr gerne... Ähm... Dementsprechend... Ja... Ich bin sehr gespannt... Ob das eine tiefere Bedeutung hat... Wissen kann ich es natürlich nicht... Das werden wir wahrscheinlich erst herausfinden... Wenn wir das Spiel spielen... Aber es wäre schon wirklich cool... Wenn es darauf hinauslaufen würde... Dass es vielleicht hier wirklich so eine Firma... Also so... Das wäre das, was ich am coolsten... Äh... Am coolsten finden würde... Wenn es eine Firma ist... Eine Company ist... Die, ähm... Vielleicht so... So... Ihre ersten... Ihre ersten Schritte gemacht hat... Mit dem Umbau von Illumina City... Und in der späteren Welt... So eine richtige große Firma geworden ist... Ähm... Und in Paldea sogar auch... Dann halt ein riesiges Gebäude hat... Und alles drum und dran... Das wäre schon so das coolste... Ähm... Aber müssen wir natürlich schauen... Hier unten steht auch... Apparently... All five of these buildings... Are owned by a real estate... Firm called Paldea... Äh... Realty... Okay... Das heißt... Maybe ist das diese Firma... Vielleicht ist diese Firma aus Paldea... Und arbeitet aber an diesem Illumina... Dingsbums... Äh... Umbau... Ähm... Ich bin sehr gespannt... Also... Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet... Und ob das wirklich eine tiefere Bedeutung hat... Oder eben nicht... Aber... Ich mag solche Sachen immer sehr, sehr gerne... Vor allem die Spekulationen dahinter... Finde ich immer sehr, sehr spannend... Und sehr, sehr aufregend... So wie Alpha Foundation vielleicht... Ja, irgendwie sowas halt, ne... Würde ich auf... Ich finde sowas halt sehr cool... Ich meine, wie cool wäre das... Ist ja wie mit der Galaktik-Expedition, ne... So... Wie random ist es auch, dass das Bösewicht-Team... Team Galaktik... Ähm... Damals eigentlich einfach... Eine gute Sache war... Aber später besbraucht wurde dieser Name... So... Versteht ihr? Sowas finde ich cool... Und vielleicht ist es halt eben... Paldea Realty... Und die... Waren damals auch irgendwie was anderes... Ähm... Ich bin gespannt... Das wird aber sehr, sehr cool... Denke ich... Hoffe ich... Gehe ich von aus... So böse Organisationen... Aber getan hat... Ja, irgendwie sowas... Also... Ich hoffe wirklich... Ich hoffe, dass es einen tieferen Sinn hat... Muss nicht sein... Äh... Muss nicht sein... Auf gar keinen Fall... Aber ich hoffe es... Weil ich mag sowas eigentlich immer sehr, sehr gerne... Bin ein großer Fan von... Ich meine, ich fand das wie gesagt... Mit dem... Mit dem Maskenfest... Äh... In... In Karmazin und Purpur... Fand ich das auch geisteskrank cool... Dass diese Poster... Schon im Spiel die ganze Zeit... Es hing... Seit Release... Die wurden nicht geedit... Diese Poster vom... Ähm... Diese Poster von diesem Maskenfest... Hingen seit... Anfang des Spiels... Team Galactic hatte früher einen guten Zweck... Naja, die... Äh... Das Logo von Team Galactic... War ja früher die... Das... Also war ja früher die Galactic-Expedition... Aus Legenden Arceus... Und die waren... Äh... Das war eine gute Organisation... Und die hießen Galactic-Expedition... Mit dem Team Galactic-Logo... Und das wurde dann... Wahrscheinlich gab es die Galactic-Expedition... Irgendwann nicht mehr... Und Cyrus... Der ja auch ein Nachfahre ist... Von einer der... Höchsten Tiere von der Galactic-Expedition... Ähm... Hat den... Namen und das Logo... Einfach missbraucht... Um seine böse Organisation zu gründen... Was wiederum... Auch sehr, sehr cool ist... Genauso cool würde ich das finden... Wenn diese Organisation... Hat auch irgendwie so einen... So einen tieferen Sinn hat... Würde ich sie finden...